So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserer Begleitreihe zur großen Jubiläumsausstellung Kubricks 2001, 50 Jahre Space Odyssey. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Diejenigen von Ihnen, die die Ausstellung noch nicht gesehen haben, haben bis zum 23. September noch die Gelegenheit dazu. Und ich möchte Sie natürlich auch darauf hinweisen, wir haben ein umfangreiches Begleitprogramm. Das finden Sie alles im Flyer zur Ausstellung. Da sind also auch noch weitere Highlights in den kommenden Monaten zu erleben. Wir haben zum Beispiel im nächsten Monat dann einen Zukunftsforscher aus Wien zu Gast oder auch einen echten Astronauten. Thomas Reiter wird zu uns kommen, der dann dazu sprechen wird, wie es denn wirklich im All ist im Vergleich zu Kubricks Weltraumbildern in 2001. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute Abend unseren Ehrengast begrüßen zu dürfen, PD-Doktor Ralf Michael Fischer von der Universität Tübingen, der zu uns sprechen wird zum Thema Kubricks Space Odyssey zum filmischen Raum in 2001. Ralf Michael Fischer hat ein Studium der Kunstgeschichte und der Germanistik absolviert, und zwar in Tübingen und in Amherst. Und von 2001 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten in Marburg und hier in Frankfurt am Main. Von 2009 bis 2016 war er dann wissenschaftlicher Assistent an der Universität in Tübingen. Und er hat 2006 eine Promotion vorgelegt zur filmischen Raum- und Zeitkonstruktion in Stanley Kubricks Werk. Und diese Arbeit kann ich Ihnen nur ans Herz legen, denn das ist ein Standardwerk geworden, das 2009 erschienen ist, in der Reihe der neuen Frankfurter Forschung zur Kunst im Verlag Mann erschienen. Und wir haben heute Abend die Gelegenheit, dass Sie sich dieses Werk auch mit nach Hause nehmen dürfen. Wir haben nämlich im Anschluss an Vortrag und Filmvorführung noch eine Signierstunde mit unserem Vortragenden und Autor. Also lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Wir haben oben an der Kasse eine Anzahl an Büchern für Sie hinterlegt. Sie können das Buch käuflich erwerben. Und Ralf Michael Fischer hat sich bereit erklärt, es auch für Sie individuell zu signieren. Das gibt es dann oben nach dem Film. Kommen Sie da einfach zu uns mit in das Foyer, in den Shop. Für alle diejenigen, die von Ihnen bisher noch nicht in Berührung gekommen sind mit Ralf Michael Fischers Kubrick-Forschung, kann ich Ihnen sagen, dass er sich insbesondere auch verdient gemacht hat um das Kubrick-Frühwerk. Und das ist natürlich auch die perfekte Vorlage für den heutigen Abend. Denn wir werden ja nicht nur etwas zur Raumkonstruktion in 2001 hören, sondern eben auch einen ganz besonderen Film sehen, nämlich Kubricks ersten Spielfilm Fear and Desire, der nur ganz selten im Kino zu sehen ist, zumal in einer 35-Millimeter-Kopie. Und ich möchte an der Stelle auch einen ganz großen Dank sagen an Andreas Beilharz von der Kinoabteilung des Deutschen Filmmuseums, der weder Kosten noch Mühen gescheut hat, diese rare Kopie, diese restaurierte Fassung auf 35 Millimeter aus der Library of Congress für uns heute Abend zu besorgen. Ja, an dieser Stelle natürlich auch ein Hinweis auf dieses epochale Werk, Raum und Zeit im filmischen Oeuvre von Stanley Kubrick, die Doktorarbeit, die Ralf Michael Fischer 2006 vorgelegt hat. Und es heißt da sehr schön schon in der Verlagsankündigung ein Beitrag zu einer kunsthistorischen Filmanalyse Kubricks Werks. Und Fischer liefert die bisher eingehendste Würdigung von Kubricks Frühwerk und gestattet es, Entwicklungslinien nachzuvollziehen. Da kann ich mich nur anschließen, denn insbesondere Fear and Desire zum Beispiel, der lange Zeit in der Forschung ja sträflich vernachlässigt wurde und immer noch eher unterrepräsentiert ist, wird hier erstmalig sehr groß gewürdigt in einer deutschsprachigen Publikation zu Kubrick. Ralf Michael Fischer hat dann in diesem Jahr 2018 eine Habilitation vorgelegt, nämlich zum Thema der Frontier in der nordamerikanischen Kunst von John Smybert bis Edward Hopper. Seine Forschungsschwerpunkte bilden die Bildkünste seit 1800, die nordamerikanische Kunst, Film und hier eben auch Stanley Kubrick. Und das dürfte hier für die Frankfurter Zuschauer auch interessant sein mit dem hessischen Schwerpunkt die Documenta-Geschichte. Ja, ich freue mich sehr, dass Ralf Michael Fischer heute zu uns gekommen ist. Seine Vorträge sind legendär und gerade in jüngerer Zeit hat beispielsweise auch eine Ausstellung, die er mitkuratiert hat, nochmal ein sehr schönes Medienecho gefunden. Da wurden die Beiträge, die Ralf Michael Fischer geliefert hat, verglichen mit Boris Beckers Tennis-Matchen. Also ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, es hieß in der Ausstellungsbesprechung zu der von ihm mitkuratierten Schau Menschensohn Eko Homo Crucifixus, dass wir es da mit spannenden Beiträgen wie zu Boris Beckers Zeiten zu tun hatten. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf seinen Beitrag heute Abend in unserer Ausstellungsbegleitreihe zum Filmischen Raum in 2001. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und wir können dann im Anschluss an den Vortrag wie immer noch ein bisschen diskutieren vor dem Film und im Anschluss gibt es dann die Signierstunde oben im Shop zum Standardwerk aus dem Jahr 2009. Herzlichen, herzlich willkommen, Ralf Michael Fischer. Ja, herzlichen Dank für die überwältigende Einführung. Jetzt gerate ich regelrecht unter Leistungsdruck, legendäre Vorträge. Okay, ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, dass ich Ihren Ansprüchen genüge. Okay, also falls ich da irgendwie eine zu wilde Performance mache, sagen Sie mal einfach Bescheid. Okay, fangen wir an. Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey gehört zu jenen Spielfilmen, in denen sich räumliche Aspekte besonders nachdrücklich ins Bewusstsein drängen. Das deutet bereits der Untertitel A Space Odyssey an, den man auch als eine Raum-Odyssee übersetzen könnte. Man muss nicht unbedingt das Wort Weltraum verwenden. Mitverantwortlich für diesen Effekt sind zweifelsohne die minimalistische und zeitlich zerdehnte Handlung oder die Koordination zwischen Musik und Filmbildern. Man denke zum Beispiel an die beiden Donauwalzer-Sequenzen, in denen die Bewegungen von Kamera, von Gestirnen und von Raumschiffen mit dem Dreivierteltakt der Musik kurz geschlossen werden. Zu den spektakulärsten Sequenzen gehört gegen Schluss der Flug durch das sogenannte Sternentor. Hier auf der rechten Seite sehen Sie ein Bild. Eine rasende Vorwärtsbewegung, die bei einer großen Kinoleinwand buchstäblich körperlich spürbar ist. Da spricht man auch von induzierter Bewegung oder von einem Achterbahneffekt. Und ich kenne auch Leute, die gesagt haben, Ihnen ist dabei regelrecht schlecht geworden. Also man wird dadurch regelrecht dann auch körperlich angesprochen. Die besondere Rolle des Raums erkennt man vor allem in den für Kubrick typischen streng achsensymmetrischen Aufnahmen. Hier in einer der letzten Einstellungen des Films. Die Betonung der zentralperspektivischen Konstruktion des Bildraums und auch des Zeigen der Decke führt mit voller Wucht vor Augen, dass der Regisseur nicht nur die Vermittlung einer Geschichte mit handelnden Figuren beabsichtigt, sondern dass die Einbettung von Figuren in ihren räumlichen Kontext mindestens ebenso wichtig ist. Dieses Bildbeispiel enthält mit dem rätselhaften schwarzen Monolithen jenes Objekt in 2001, um das sich die wildesten Spekulationen ranken. Seine Rolle innerhalb von Kubricks Raumdramaturgie wird noch zu klären sein. Nachfolgend, also Raumdramaturgie natürlich in Anführungszeichen, nachfolgend möchte ich mich darauf konzentrieren, welche Rolle der filmische Raum in 2001 spielt und welche Interpretationsmöglichkeiten sich daraus zum Teil ableiten lassen. Aufgrund meines kunsthistorischen Hintergrundes ist mein Ansatz vornehmlich analytischer Natur. Mir geht es vor allem auch darum, zu verstehen, wie Kubrick auf filmische Mittel zurückgreift und sich kritisch mit Konventionen der Filmgestaltung auseinandersetzt, um 2001 geradezu in eine Raumfabrik zu verwandeln. Kubrick-Kenner werden den Begriff vielleicht erkennen. Er wurde von Hans-Ties Lehmann, der hier lange in der Theater-Film-Medienwissenschaft gelehrt hat, auch in den Diskurs eingeführt, allerdings ein bisschen anders, als ich ihn verwenden würde. Es geht mir vor allem darum, Grundlagen zu klären, bevor man hochtrabende Interpretationen auf den Film projiziert. 2001 ist ein hochgradig sprachkritischer Film, der als Schule des Sehens verstanden werden kann und in dieser Hinsicht auch ernst genommen werden sollte. Für meine Darlegungen benötige ich fünf Schritte. Erstens definiere ich, was ich unter filmischem Raum verstehe. Zweitens gehe ich auf Kubricks Spiel mit Erwartungshaltungen ein und skizziere zur Erinnerung kurz die Handlung oder die sogenannte Handlung von 2001. Drittens analysiere ich das durch Räume definierte Menschenbild in 2001 im Spannungsfeld offener und geschlossener Räume. Das ist etwas, was für den Film recht wichtig ist. Viertens gehe ich auf Klammern oder Rahmungen des Films ein, die dem Film eine visuelle Spannungsdramaturgie unterlegen, die jetzt nicht direkt in Handlung übersetzt ist. Und fünftens werde ich abschließend auf Bezüge zu Kubricks erstem Spielfilm Fear and Desire hinweisen, den wir im Anschluss sehen werden. Da 2001 ein sehr langsamer Film ist, werde ich auch nur relativ wenige Ausschnitte zeigen und die dann auch erst in der zweiten Hälfte des Vortrags. Erstens von der Mise en Sain zum Montageraum, eine Definition des filmischen Raums. Ein Spielfilm evoziert in der Regel eine fiktionale Welt oder wie 2001 ein ganzes fiktionales Universum und präsentiert uns eine Geschichte, die sich darin abspielt. David Bordwell, auf dessen Definition des filmischen Raums ich mich stütze, bezeichnet diesen gesamten filmischen, fiktionalen Raum als szenografischen Raum. Gut, in der Erzähltheorie würde mir von Diegese sprechen. Der szenografische Raum wird in einem Film zwar in seiner Gesamtheit evoziert, doch wir bekommen von ihm lediglich Bruchstücke in Form filmischer Aufnahmen und ihrer Montage vermittelt. Das heißt, der szenografische Raum wird für uns durch die filmische Raumkonstruktion interpretiert, so dass wir diesen als bedeutungshaft erleben und vor allem, dass wir weniger diesen gesamten Raum als eine sich darin abspielende Geschichte wahrnehmen. In einem herkömmlichen Erzählfilm lenkt der filmische Raum unseren Blick auf jene Teile des szenografischen Raums, in denen sich relevante Aspekte einer Geschichte abspielen. Figurenhandlungen stehen hierbei im Mittelpunkt, während die Einbettung dieser Handlungen in ihre räumlichen Kontexte als unterstützendes Beiwerk fungiert. Also Raum ist eigentlich immer nur zur Unterstützung der Handlung präsent. Im Vordergrund stehen Figuren. Orientierung, das prägt auch die Art, wie die Bilder dann gestaltet werden. Orientierung im filmischen Raum sichert oft auch die Orientierung innerhalb der Geschichte, die uns erzählt wird. Ich habe bereits erwähnt, dass 2001 in dieser Hinsicht etwas anders ist und Aspekte des Raums in den Vordergrund rückt, während die Handlung auf ein Minimum ausgedünnt wird. Was soll man unter diesem ominösen filmischen Raum konkret verstehen? Man kann vier unterschiedliche Ebenen unterscheiden, aus denen der filmische Raum hervorgeht. Erstens, die sogenannte mise en scene, also die vorfilmische Inszenierung und somit alles, was sich vor der Kamera abspielt, beginnend mit dem Spiel der Darsteller bis hin zu den realen Kulissen, also letztlich das, was ich mit dem linken Bild zu zeigen versuche, das ist jetzt im Prinzip erstmal noch Theater, wenn man es genau nimmt. Ich sehe jetzt erstmal von Spezialeffekten ab, das ist nochmal was anderes. Zweitens, die Existenz des filmischen Raums beginnt eigentlich erst mit der zweiten Ebene, wenn die mise en scene mittels Kamera in Bewegtbilder, also in filmische Aufnahmen, umgewandelt wird. Das ist das, was Sie zum Beispiel rechts sehen, das ist ein Frame, ein Bildkader aus 2001, wie er im Film auch erscheint. Da ist der ganze Aufbau drumherum weg. Man spricht hier von mise en cadre. Erst die mise en cadre suggeriert einen, wohlgemerkt bewusst gelenkten, Blick in den szenografischen Raum, weil wir nun den Bereich des Vorfilmischen verlassen. Filmische Bilder, oder besser Einstellungen, verfügen nicht einfach über einen Bildraum wie statische Bilder. Sie entfalten sich auch zeitlich, sodass man besser von Einstellungsräumen sprechen sollte. Zur mise en cadre gehört auch die Auswahl von Film- und Bildformat. 2001 wurde immerhin im 70mm-Format gedreht, das mit seiner hohen Auflösung eine Projektion auf riesige Leinwände gestattet, also auch hier Ausdehnung, Raum ist ein wichtiger Begriff dann, und mit seinem handtuchartigen Bildformat von 2,2 zu 1 die Betonung von Enge und Weite in besonderer Maße unterstützt. Also das ist auch nochmal wichtig, das Bildformat kann auch nochmal Raumeindrücke intensivieren. 3. Die dritte Ebene ergibt sich aus dem Umstand, dass man filmische Einstellungen mittels Montage zusammenfügen kann, sodass sich ein eigener virtueller Raum ergibt, der Montageraum. Das beste Beispiel in 2001 ist der Schnitt vom Urzeitknochen zum Raumschiff im Erdorbit, der sogenannte Match Cut, genauer gesagt ein Graphic Match. Durch ihn entsteht ein neues, rein filmisches Raumkontinuum, das den Anschein erweckt, ein knochenförmiges Raumschiff setzt den Flug des Knochens im Weltraum unmittelbar fort. Kubricks Weltraum-Odyssee beginnt, so die Logik dieses Schnitts, bereits in der Urzeit vor 4 Millionen Jahren. Daran werde ich gegen Ende anknüpfen. 4. Da es sich beim Film um ein audiovisuelles Medium handelt, muss man als vierte Ebene des filmischen Raums noch den sogenannten Tonraum anführen. Durch den Einsatz von Ton, Musik, Geräuschen etc. kann eben auch das Raumempfinden oder die Raumwirkung beeinflusst werden. Es ist ein gravierender Unterschied, ob ich ein Geräusch habe, dessen Quelle innerhalb des Bildes zu sehen ist oder innerhalb des Einstellungsraumes oder außerhalb. Genau. Das lasse ich jetzt weg. Nach diesem abstrakten Trockenschwimmerkurs über den filmischen Raum konzentriere ich mich auf ausgewählte Aspekte in 2001. Also jetzt gehe ich konkreter an den Film ran. Zweitens, Spiele mit den Erwartungshaltungen zur Handlung von 2001. Zu den Eigenschaften von Stanley Kubricks Filmen, vor allem ab Lolita und mehr noch ab 2001, gehört das Spiel mit den Erwartungshaltungen des Publikums. Dass der Raum in 2001 hierbei eine wichtige Rolle spielen würde, ist bereits am inoffiziellen Arbeitstitel aus dem Jahr 1964 erkennbar, How the Solar System Was Won, also wie das Sonnensystem erobert wurde, eine Anspielung auf den Episoden-Western How the West Was Won von 1961, der die Erschließung und Besiedlung des sogenannten Wilden Westens behandelt. Also hier werden wir dann auch wieder bei meiner Habilitationsschrift so nebenbei noch angelangt. Wie in anderen Science-Fiction-Filmen würde man hier eine Verlagerung der Besiedlungsgrenze Nordamerikas, die sogenannte Frontier, ins Weltall erwarten, dessen unerschlossene Weiten von der Menschheit unter großer Kraftanstrengung erobert und zivilisiert werden. Das klingt jetzt irgendwie wie der Vorspann von Star Trek, merke ich gerade. Dass die Menschheit durch US-Amerikaner repräsentiert wird, versteht sich von selbst. Auch die erste offizielle Pressemitteilung vom Februar 1965, in welcher der Film Journey Beyond the Stars heißt, bekräftigt diese Erwartung mit einer Formulierung, die es abgewandelt als Slogan auf die Filmplakate geschafft hat. Es sei An epic story of adventure and exploration. Und Sie sehen hier zwei der Plakate, wo dann eben es noch pathetischer Drama statt Story heißt. Auch Robert McCall's dynamische Plakatmotive verheißen eher einen ungehinderten Vorstoß ins Weltall mit Menschen als heroischen Handlungsträgern. Also diese Plakate stehen allerdings, und das ist dann das Interessante, doch in einem gewissen Kontrast zur ästhetischen Umsetzung des Films, wenn Sie das einfach mal vergleichen, wie hier Geschwindigkeit auf der linken Seite zum Beispiel evoziert wird und wenn Sie das dann mit den Donauwalzer-Sequenzen dann vergleichen. Erst der endgültige Titel Odyssee signalisiert, dass es sich auch um eine Irrfahrt handeln könnte, bei der die Astronauten nicht agieren, sondern dem Walten anderer Mächte willenlos ausgesetzt sind. Damit Sie meinen kommenden Erörterungen besser folgen können, rufe ich zentrale Momente von 2001 skizzenhaft in Erinnerung, ergänzt um interpretatorische Anmerkungen. Der Film besteht aus vier Episoden und kann verstanden werden als groß angelegter Geschichtsentwurf, der danach fragt, wie der heutige Mensch entstanden ist und wie er sich im kosmischen Kontext weiterentwickeln kann. Die erste Episode führt vier Millionen Jahre in die Vergangenheit. Urmenschen sind vom Aussterben bedroht und kämpfen gegeneinander um eine der wenigen Wasserstellen. Eines Tages taucht mitten unter ihnen ein schwarzer Quader, der Monolith, auf. Kurz darauf entdeckt einer der Urmenschen, dass man mit Knochen Tiere töten kann. Der Monolith ist, so legt es der Film nahe, der Auslöser dieser Idee. Die Ernährung und somit das Überleben der Spezies sind gesichert. Die Standardinterpretation besagt, dass damit die Ära des Menschen angebrochen ist, der sich durch das Werkzeug definiert, das immer auch zugleich Waffe ist. Also Sie haben Überleben und Tod in einem wichtigen Hilfsinstrument vereinigt. Nach der Vertreibung eines anderen Stamms von der Wasserstelle inklusive der ersten Tötung eines Artgenossen schleudert der Anführer seinen Knochen gen Himmel und dieser Knochen scheint sich in ein knochenförmiges Raumschiff zu verwandeln, sodass wir buchstäblich in die zweite Episode und in eine nahe Zukunft geschleudert werden. Der Mond ist von Menschen besiedelt und der kalte Krieg zwischen Sowjets und Amerikanern prägt auch die Raumfahrt. Gut, der Film ist von 1968, da war das natürlich noch ziemlich wichtig. Der NASA-Funktionär Haywood Floyd reist unter strengster Geheimhaltung zum Mond, um ein geheimnisvolles Fundstück zu begutachten, einen Monolithen wie in der Uhrzeit, der da auf dem Mond auch ausgegraben wurde. Hier sehen Sie ihn. Die zweite Episode endet damit, dass der Monolith ein Signal in Richtung Jupiter abstrahlt. Das zeige ich später auch nochmal. Und dann, die dritte Episode führt an Bord des Raumschiffs Discovery, das, wie wir erst rückwirkend erfahren, dem Signal zu Jupiter auf den Grund gehen soll. Die Discovery wird gesteuert vom Supercomputer HAL 9000, dessen roten Kameraaugen kein Winkel im Schiff verborgen zu bleiben scheint. Als HAL in Verdacht gerät, einen Fehler begangen zu haben, erwägen die beiden Astronauten Bowman und Poole, ihn abzuschalten. HAL bekommt die Intrige mit und tötet Poole bei einem Außeneinsatz. Bowman gelingt es schließlich, den Computer zu deaktivieren. Mit dem sentimentalen Liebeslied Daisy, im deutschen Hänschen klein, erstirbt HALs Stimme wie eine langsamer werdende Schallplatte. Und hier am Schluss dann, nach der Deaktivierung HALS, wird dann überhaupt erst geklärt, warum, welche Rolle die Discovery in diesem Film spielt. Zuvor weiß man eigentlich gar nicht, was das alles soll. Da wird dann erst aufgeklärt, dass die Discovery zum Jupiter fliegen soll, um diesem Signal nachzugehen. Die vierte und experimentellste Episode gestattet lediglich Spekulationen über die gezeigten Geschehnisse. Bowman verlässt beim Jupiter die Discovery mit einer Raumkapsel und scheint mittels eines weiteren Monolithen in eine Art gleisenden Lichtkorridor hineingezogen zu werden. Und da sehen wir dann expandierende, vermutlich kosmische Formen und farbverfremdete Landschaften, vermutlich fremde Welten. Unklar bleibt, ob wir es mit Wahnvorstellungen, Bowmans oder mit realen Erlebnissen zu tun haben. Und der landet dann am Ende in diesem geheimnisvollen, rätselhaften Zwei-Zimmer-Ensemble, das man als Louis-Sais-Raum oder auch als Hotelzimmer immer wieder bezeichnet. Und da macht er so eine Art Blickstaffellauf, durch wo er dann mehrfach ältere Inkarnationen seiner selbst sieht. Bis schließlich die älteste Stufe oder die älteste Inkarnation von David Bowman erneut mit einem plötzlich auftauenden Monolithen konfrontiert wird, woraufhin sich dieser uralte Bowman, worauf dieser plötzlich durch einen Fötus ersetzt wird, der dann nach einer Kamerafahrt durch den Monolithen plötzlich sich im Erdorbit befindet, wobei da nicht so richtig klar wird, ist er wirklich kleiner oder ist er gleich groß wie die Erde. Also da sind, vieles bleibt in diesem Film dann einfach unklar. Und in der letzten Einstellung des Films schaut der Fötus suchend in die Kamera und entlässt uns mit scheinbar fragenden Blicken aus dem Kino. Auch hier gibt es eine Standardinterpretation, diese besagt, dass die Menschheit hier symbolisch einen weiteren Entwicklungssprung durchmacht. Der Monolith scheint an beiden Entwicklungssprüngen beteiligt zu sein, nämlich vom Urmenschen zum Menschen und vom Menschen zu was Neuem, zu einem neuen kosmischen Wesen, wobei das Interessante ist, Auslöser scheint immer der Monolith zu sein. Menschen oder Urmenschen werden eher passiv dargestellt, sodass man eigentlich nicht so richtig weiß, sind die überhaupt in der Lage, sich eigenständig weiterzuentwickeln. Man hat den Eindruck, dass sowas wie Erlösung innerhalb des Films oder Erlösung laut diesem Film immer von außen kommen muss. Diese schlaglichtartige Zusammenfassung passt insofern zum Film, als 2001 ein Ereignis an das nächste Reit dabei oftmals äußerst lückenhaft bleibt und nur wenige Zusammenhänge wirklich klärt. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Film weiß man deshalb eigentlich selten, worauf der Film eigentlich hinausläuft. Also das, was einen normalen Film auszeichnet, man weiß am Anfang, das und das ist das Ziel des Protagonisten, das wird hier letztlich auch verweigert. Drittens, Menschen, Monolithen und Räume in 2001 zwischen Gefangenschaft und Raumöffnung. Meine Zusammenfassung der Handlung leistet eines gleichwohl nicht. Sie erfasst nicht die zahlreichen handlungslogisch irrelevanten Sequenzen mit banalen Alltagshandlungen oder gar ohne Menschen. Etwas das Planetenballett zum Donauwalzer. Infolgedessen wird der Film selbst zur Odyssee, weil man sich zwischen zahlreichen handlungsarmen und handlungsvorantreibenden Sequenzen erst zurechtfinden muss, um Zusammenhänge herzustellen. Letztlich sind einfachste Dinge interpretationsbedürftig, weil sie nicht erklärt werden. Vor allem, selbst banalstes Alltägliches wird bedeutungshaft und drängt scheinbar zu allgemeingültigen Schlussfolgerungen über die menschliche Befindlichkeit. In diesem Sinne sind meine nachfolgenden Schlussfolgerungen zu verstehen. Eine Funktion vieler vermeintlich irrelevanter Sequenzen ist es meines Erachtens, das Verhältnis der Menschen zu ihrer Umgebung auszuloten. Oder eigentlich auch zu interpretieren. Urmenschen oder Menschen werden in der Regel in Räumen verortet, die sich durch ihre Abgeschlossenheit nach außen definieren. Das gilt für die Urmenschen, die sich zum Überleben in Höhlen zurückziehen müssen, ebenso wie für die Zukunftsmenschen, die hermetisch abgeschottete Raumfahrzeuge benötigen, um nicht zu sterben. Dazu bedient sich Kubrick neben dem breiten Bildformat vor allem Weitereinstellungsgröße, welche die Räume betonen, in welchen sich die Figuren bewegen. Das sehen Sie hier mit zwei Beispielen aus der Urzeit und dann eben aus der Donauwalzer-Sequenz Blick in eines der Raumschiffe. Bemerkenswert sind vor allem jene zum Teil ausufernden Einstellungsfolgen, in denen Kubrick die Menschen in ihren hochtechnisierten, selbst geschaffenen Umgebungen zeigt. Vor allem rechts. Berühmt ist die Einstellung mit der Stewardess, welche buchstäblich die Wände hochgeht, bis sie auf dem Kopf steht. Kubrick demonstriert hier schon fast überdeutlich, dass man im Weltraum nicht mehr naiv von oben oder unten sprechen kann. Unter Bedingungen der Schwerelosigkeit herrschen andere Gesetze und an Bord von Raumschiffen können theoretisch alle Wände zum Gehen benutzt werden, wenn man die entsprechende Ausrüstung hat. Interessant, schauen Sie sich mal von Denis Villeneuve den Film Arrival an. Der knüpft, sobald die Protagonisten das erste Mal das Raumschiff betreten, da an Kubrick an, indem er plötzlich die Schwerkraftverhältnisse umdreht. Also der setzt das eigentlich direkt fort. Das ist insofern relevant, also diese Exponierung der Schwerelosigkeit oder der neuen Bedingungen ist insofern relevant, als kurz zuvor im Gespräch zwischen Floyd und den Russen die Erde noch unten und der Mond oben lokalisiert wurden. Sie sehen auf dem Frame links noch, wie der russische Wissenschaftler, wie der noch mit dem Finger nach unten zeigt. das ist genau diese Stelle. Kubricks Bilder und mit ihnen der filmische Raum verdeutlichen, dass die Sprache der neuen Umgebung nicht angemessen ist. Etwas allgemeiner kann man schlussfolgern, dass das Verständnisvermögen der Menschen in 2001 immer noch von irdischen Schwerkraftverhältnissen definiert wird. Ihr Weltbild ist immer noch geozentrisch. Eine mentale Anpassung an die Gesetzmäßigkeit des Weltraums hat noch nicht wirklich stattgefunden. Ein Indiz, dass die Menschen durch ihre selbst geschaffenen technischen Umgebungen letztlich definiert und auch eingeschränkt werden, äußert sich in Kubricks berühmter Strategie achsensymmetrischer Bildkompositionen, also in der mise en cadre. Aufgrund ihrer Auffälligkeit werden solche strengen Kompositionen wie rechts, welche überdies die Fluchtlinien und die zentralperspektivische Konstruktion betonen, normalerweise vermieden. Sie lenken die Aufmerksamkeit nämlich ab von Figurenhandlungen hin zur Bildkomposition. Das ist eigentlich, also die sollen normalerweise vermieden werden. Und was eben Kubrick hier macht, durch diese Kompositionen oder durch diese achsensymmetrischen Kompositionen lenkt er den Blick wieder viel stärker auf den Raum. Er lenkt dann auch den Blick teilweise auch wieder ab von den Menschen. Er exponiert die Menschen im Raum. Was ebenfalls nicht übersehen werden sollte, wenn Kubrick seine Figuren ins Zentrum solcher Kompositionen setzt, dann wirken sie alles andere als raumbeherrschend. Vielmehr wirken sie auf unbehagliche Weise eingehängt, geradezu bedrängt von ihren selbstgeschaffenen Räumen, gar wie Fremdkörper. Zu Ende gedacht präsentiert Kubrick den Menschen als entthrontes Zentrum seiner selbstgeschaffenen Umwelten, von denen er komplett abhängig und zugleich entfremdet ist. Kubricks Menschen müssen sich zwar geradezu in käfigartige Räume zurückziehen, um zu überleben, zugleich scheinen sie nicht in der Lage zu sein, eigenständig über den Horizont hinaus zu schauen, mit dem sie sich umgeben. Kubrick führt eine Menschheit mit eingeschränkter Erkenntnisfähigkeit vor Augen, die vor allem angesichts des Neuen und Fremden versagt. Also räumliche Begrenztheit bei Kubrick heißt immer auch so etwas wie Erkenntnisgrenzen oder auch etwas krasser ausgedrückt geistige Begrenzung. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung zeichnet sich in der Discovery ab. Bereits die einleitende Sequenz oder die erste Sequenz der Discovery-Episode mit banalem Astronauten-Jogging unterläuft jegliche Erwartung eines heroischen Vorstoßes ins All. Man wird eigentlich mit dem banalen Alltag von Astronauten letztlich konfrontiert. Ich zeige Ihnen jetzt einen Ausschnitt. Schauen Sie mal ganz genau hin, ob Sie die Anschlussfehler, falls es welche sind, entdecken können. Der Astronaut Poole joggt im Wohnbereich das Raumschiff, der als Zentrifuge gestaltet wurde, um künstlich Schwerkraft zu erzeugen. Ein Umstand, der im Film mit keinem einzigen Wort erklärt wird, sondern visuell erschlossen werden muss. Im Gegensatz zur Erde ist hier das Oben innen und das Außen unten. Das Ende der Sequenz besteht aus achsensymmetrischen Verfolgungs- und Rückwärtsfahrten, das was ich gerade gezeigt habe, die den Astronauten in der Bildmitte geradezu arretieren, während seine Umgebung viel aktiver wirkt. Er scheint trotz seiner Mühen in diesem hamsterradartigen Raum auf der Stelle zu treten und ist gefangen in einer Dynamik des Stillstands. Diesen Eindruck verstärkt, eventuell unterschwellig, eine Deformation des szenografischen Raums durch den filmischen Raum. Wenn Sie das genau angeschaut haben, es gibt bestimmte Merkmale, wo man das erkennen kann. Der läuft eigentlich jedes Mal in eine andere Richtung. Also er wechselt die Richtung hin und her. Also das sind letztlich Anschlussfehler. Das kann auch technisch bedingt sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das unter Umständen auch diesen Eindruck des Nicht-Vorankommens nochmal auf den, sagen wir mal, unterschwellig dann irgendwie mit erzeugt. Das ist so ein Hin- und Herlaufen letztlich, was da geschieht. Nur wie gesagt, das nimmt man nicht bewusst wahr. Da muss man den Film wirklich schon sehr genau sehen, um das herauszufinden. Man kann dieses scheinbare Treten auf der Stelle durchaus als Sinnbild für den Zustand der Menschheit verstehen, die nicht vom Platz kommt, während ihre Hervorbringungen, vor allem die künstliche Intelligenz Herr 9000, mit ihr scheinbar gleichziehen und ihre Existenz bedrohen. Rechts sehen Sie den Abschluss der Sequenz, als Bowman die Zentrifuge betritt. Wir sehen ihn zunächst als rotierende Spiegelung im Auge Herz, hat man im Ausschnitt noch gesehen, im Auge Herz wie Pool gefangen in einem Kreis, dem er nicht entkommen kann. Der Vorstoß in den Raum bedeutet für den Menschen weniger Evolution als Stagnation oder gar Regression. Nur Hell mit seinen omnipräsenten Linsen scheint den gesamten Raum der Discovery zu überschauen und somit und damit zu beherrschen. Das Motiv des Kreisens, was ich hier auch vorgeführt habe, das beherrscht vor allem die Episoden 2 und 3 des Films. Also es kommt ganz häufig vor, dass Menschen sich irgendwie in Kreisbewegungen befinden oder damit assoziiert werden und darin wie Gefangene wirken. Also das ist nur ein Ausschnitt von vielen anderen Motiven, die da mit verwandt sind, was ich hier gezeigt habe. Gerade hier ist nochmal auf die Spannung zwischen szenografischem Raum und filmischem Raum hinzuweisen. Links sehen Sie eine Blaupause, welche die Raumfolge der Discovery zeigt. Also rechts hier, dieser große Zylinder ist zum Beispiel die Zentrifuge. Eine Rekonstruktion dieser Gegebenheiten anhand des Films, also anhand der filmischen Raumkonstruktion, ist nur schwerlich möglich. Auf diese Weise wirkt auch das Raumschiff wie ein Irrgarten. Die Astronauten bewegen sich darin zwar fast wie im Schlaf, doch sie scheinen sich ihrer irritierenden Umgebung nicht bewusst zu sein. Und wir als Zuschauer sind gezwungen, uns ebenfalls ständig neu in einem Mikrokosmos zu orientieren, der auf der Blaupause zumindest mal relativ überschaubar wirkt. Geschlossene Räume sind in 2001 ergo zwar assoziierbar mit Schutz, aber auch mit Gefangenschaft, Passivität und mangelnder Entwicklungs- und Erkenntnisfähigkeit. Ein Rückzug in geschlossene Räume erscheint deshalb ebenso bedrohlich wie der Vorstoß in offene Räume. Interessant ist dabei, dass Kubrick durch die Wiederkehr achsensymmetrischer Einstellungskompositionen auch über den ganzen Film hinweg, also im Montageraum, für eine Verähnlichung unterschiedlicher Räume sorgt, wie Sie sie hier haben, als ob sich Menschen immer wieder in gleichartigen Räumen bewegen und nicht vom Fleck kommen. Nebenbei wird der Montageraum durch diese Wiederholungen gleicher Kompositionsprinzipien rhythmisiert und durch solche Déjà-Vus werden plötzlich Verbindungen nahegelegt, die das bisweilen parataktische, lose, nacheinander von Einstellungen, Sequenzen und Episoden verweigert. Bislang habe ich mich auf den Bereich geschlossener Räume und ihre Bedeutung konzentriert und insbesondere die Monolithen-Erscheinungen ausgespart. Man kann sie als intergalaktische Lehrmaschinen verstehen, wie es Arthur C. Clarke in seiner Romanfassung von 2001 tut, wobei, da würde ich davon abraten, die unbedingt zu sehr als Interpretationshilfe heranzuziehen, weil Roman und Film dann doch irgendwann mal eine etwas unterschiedliche Richtung genommen haben. In einer raumbezogenen Interpretation kommt man weiter, wenn man die Funktion des Monolithen genauer unter die Lupe nimmt. Hierfür zeige ich hintereinander Ausschnitte der zwei ersten Monolithen-Erscheinungen in der Uhrzeit und auf dem Mond. Gut, hier wäre natürlich auch der Tonraum nochmal eine interessante Sache mit diesem starken Pfeifen. Dieser Frame zeigt eine wesentliche Eigenschaft des Monolithen. Er befindet sich an der Schnittstelle zwischen Felsen und Himmel, wo gerade die Sonne am Horizont aufgeht. Der Monolith taucht im Film übrigens durchgehend als Vermittler zwischen geschlossenen und offenen Räumen auf, wie Sie es hier eben in der Mitte sehen können. Nur eben auf etwas unterschiedliche Art und Weise wird das realisiert. Das, was Sie soeben gesehen haben, die Ausschnitte. In einem der distanzreichsten Gegenschüsse der Filmgeschichte, so Thomas L. Nerson, weist der Monolith den Urmenschen den Weg in Richtung Mond. Hier, das kann man so quasi sagen, die Fluchtlinien führen eigentlich direkt auf den Mond. Auf dem Mond weist er einerseits zum Jupiter durch das Pfeifsignal und gleichzeitig auf das Endziel, oder das endgültige Ziel der Odyssees, das dann kommen wird, nämlich die Erde, die dann auch wieder so zum Zielpunkt der Fluchtlinien des Monolithen wird. Beidesmal ist der Monolith Bestandteil von Konjunktionen, die durch einen unmöglichen Zeitsprung herbeigeführt werden. Einmal ist die Sonne und dann die Erde relativ dicht über dem Horizont, um urplötzlich im Zenit zu stehen. Diese beiden Einstellungen, also was hier Kubrick immer wieder macht, er wird ja immer als Perfektionist beschrieben, aber bei ihm ist es auch so, wenn es ihm in den Kram passt, dann nimmt er Anschlussfehler in Kauf, dann nimmt er Diskontinuitäten in Kauf. Die Frage ist, ob das zum Teil auch Methode haben könnte. Darüber kann man sich, glaube ich, trefflich streiten, aber es ist nicht so, dass er sozusagen da auch überall alles so macht, wie man es dann normalerweise in einem Mainstream-Film immer gerne hätte. Also wie gesagt, er nimmt auch da durchaus Konventionsbrüche in Kauf. Diese beiden Einstellungen jetzt, die ich Ihnen hier als Frames zeige, bilden auch einen inneren Rahmen zur Gliederung des Films. Auch der dritte Monolith in der Nähe Jupiters ist Bestandteil einer Konjunktion, worauf sich über ihm der unendlich wirkende und sinnesüberwältigende Korridor öffnet. Also hier auch nochmal ein Hinweis auf die Romanfassung, da heißt es immer, Bowman fliegt in den Monolithen rein, das tut er nicht. Dieser Lichtteppich oder diese Lichtteppiche, die sich da öffnen, das ist oberhalb von diesen Monolithen. Und im absolut hermetischen und deshalb umso unheimlicheren Zwei-Zimmer-Ensemble, in dem Bowman mehrfach plötzlich jeweils eine ältere Inkarnation seiner selbst zieht, bevor er sich in einen Fötus verwandelt, erscheint der Monolith als einziger Ausweg. Er wird nun selbst zu einer Art Tor, das zurückführt ins Erdorbit. Also was Sie recht sehen, da fährt dann die Kamera auch drauf zu, bis die Leinwand schwarz wird. Dabei muss man sich immer vor Augen halten, dass Kubrick mit der experimentalfilmartigen Schlussepisode eine klare logische Verbalisierbarkeit bewusst verweigern möchte. Ausgehend von der Sprachkritik, die er zuvor bereits durch die Kontrastierung von Sprache und Bildern vermittelt hat, ist das, was hier geschieht, zum Teil nicht mehr begrifflich zu fassen. Auch Begriffe der Filmanalyse versagen hier teilweise. Also wenn Sie versuchen wollen, da am Schluss das mit Einstellungsgrößen zu beschreiben, das ist, da merken Sie dann plötzlich, wo auch das Ende einer filmanalytischen Beschreibbarkeit ist. Deshalb existieren dann auch solche Hilfsbegriffe wie Sternentor oder Hotelzimmer. Man kann nicht einmal mehr sagen, ob es sich um reale Ereignisse handelt, was Kubrick uns da zeigt, oder um Wahnvorstellungen von David Bowman. Gesetzt den Fall, es handelt sich um reale Ereignisse, was ich jetzt einfach unterstelle, zieht Kubrick hier eine Konsequenz aus den Fehlern vieler anderer Science-Fiction-Autoren und Regisseure. Anstatt das Fremde und Unerklärliche in den Bereich der Erklärbarkeit hereinzuholen, verweigert er Erklärungen, um auch das Publikum mit der Problematik zu konfrontieren, dass zum Beispiel eine Begegnung mit Außerirdischen höchstwahrscheinlich eine Begegnung mit dem Radikalfremden ist, die das menschliche Verfassungsvermögen übersteigt. Damit konfrontiert er auch uns mit dem Gefühl einer beschränkten Erkenntnisfähigkeit, das er eben bei seinen Figuren problematisiert. Feststellbar ist allerdings in den allerletzten Einstellungen, dass mit dem Fötus erstmals ein Wesen menschlicher Herkunft in eine Art Konjunktion mit Planeten tritt und auch in einem offenen Raum auftritt. Zuvor gab es dieses Zusammenspiel nur zwischen Gestirnen und dem Monolithen oder Gestirnen und Raumschiffen, am prominentesten im nahezu abstrakten Weltraumballet der Donauwalzer-Sequenzen. Eine Evolution des Menschen scheint, so die Nahelegung der Raumdramaturgie, nur durch den Wechsel zwischen geschlossenen und offenen Räumen möglich, zwischen denen der Film permanent hin und her pendelt. Damit komme ich zu einer Klammer, die den ganzen Film zusammenhält und die ich jetzt als Zusammenschnitt vorführe. Viertens, zweimal auf und ab, zwei assoziative Rahmungen von 2001. Also das war jetzt eigentlich der Zusammenschnitt von Anfang und Ende, teilweise noch ein bisschen gekürzt, ohne die zweieinhalb Stunden, die es dazwischen gibt. In beiden Fällen haben wir, also das war quasi Kubrick-Shortcut, In beiden Fällen haben wir eine besondere Konstellation im Weltraum. Der Aufwärtsbewegung der Kamera zu Beginn antwortet eine Abwärtsbewegung am Ende, die beim rätselhaften Astralfötus endet. War ursprünglich die Sonne der Endpunkt der Bewegung, so ist nun ein Wesen menschlicher Herkunft eben ein Endpunkt einer Kamerabewegung. Ob die Auf- und Abwärtsbewegung positive oder negative Bedeutungen innehat, muss dabei allerdings jeder für sich selbst entscheiden. Da wurde auch schon drüber diskutiert. Der Film endet mit einer Potentialität, die letztlich offen lässt, wie menschlich, unmenschlich oder übermenschlich das neue Wesen ist. Die Interpreten sind sich darüber nicht unbedingt einig. Eine optimistische Deutung unterstützt der Umstand, dass erstmals ein Wesen menschlicher Herkunft mit seiner Umgebung harmoniert. Es gibt auch Deutungen, die sagen, der Schluss ist negativ zu werten, weil das kein menschliches Wesen mehr ist. Also über solche Dinge wird da recht viel diskutiert. Stimmt, das brauchen wir auch noch. Wie Sie inzwischen bemerkt haben, gehört für mich zur Analyse des Montageraums nicht nur direkt aufeinanderfolgende Einstellungen, sondern auch die Zusammenschau von Einstellungen, die über den Film verteilt sind. Aus diesem Grund möchte ich auf einen visuellen Spannungsbogen aufmerksam machen, der 2001 meines Erachtens leitmotivartig durchzieht, aber einer kaum bemerkbaren, hochgradig assoziativen Logik folgt. Sein Ausgangspunkt ist der berühmte Graphic Match, von dem wir bereits gehört haben und durch den ein Uhrzeitknochen mit einem Raumschiff optisch kurzgeschlossen wird. Gerade weil in 2001 eine assoziativ-visuelle Logik vorliegt, die hier zum Beispiel Knochen und knochenförmiges Raumschiff miteinander verbindet, hat der Film ein unüberschaubares Deutungswirrwarr hervorgerufen. Gut, statt dass man dann das Narrativ analysiert, könnte man viel, denke ich, ist es auch mal interessant, den Film, oder viele schauen dann eben darauf, wie man diesen Film narrativ interpretiert. Einige Strukturen in dem Film haben mich eher an Lyrik zum Beispiel auch erinnert, also bestimmte Motivketten oder Motivassoziationen, die möglich sind. Ich glaube, da könnte man vielleicht dann auch weiterkommen. An dem Raumschiff fällt nämlich auf, das ist das, was Sie recht sehen, dass es den Flug des Knochens zwar aufnimmt, aber nicht vollendet, weil es nicht zu Boden fällt. Dem folgen immer wieder schwebende Raumschiffe, knochenförmig oder nicht, bis am Schluss ein viel diskutiertes Objekt den Flug des Knochens und der Raumschiffe stellvertretend zu Ende bringt. Also ich zeige Ihnen jetzt mal nochmal eine abgekürzte Fassung von 2001, ausgehend vom Matchcut, wie man da so eine Motivreihe erkennen könnte. Das sind alles Nahelegungen. Also im Umgang mit 2001, vieles wird nahegelegt, aber nicht wirklich ausbuchstabiert. Das muss man sich immer dann auch klar machen. Also was ich hier gezeigt habe, war so eine Reihe von schwebenden, knochenförmigen Raumschiffen, bis das dann schließlich fortgesetzt wird durch dieses knochenförmige oder im weiteren Sinne knochenförmige Kristallschlass am Schluss. Das eigentlich handlungslogisch vollständig, unmotiviert daherkommt, aber innerhalb des Films, innerhalb des filmischen Raums, also wenn man diese Folge sieht, Sinn ergibt, wenn man es als assoziativen Abschluss dieses durch den Film sich hindurchziehenden Knochenfluges sieht. Was sich dazwischen abspielt, durch die schwebenden, knochenförmigen Raumschiffe und sogar dann auch einen Kugelschreiber, ist als assoziative Weiterführung des suspendierten Knochenflugs deutbar. Ich zeige hier jetzt nochmal eine Kurzfassung dessen, worum es mir geht. Rein von der visuellen Logik her gesehen, hätte uns, also die Idee ist, Kubrick hält diesen Knochenflug in der Schwebe durch den ganzen Film durch und das gibt dem ganzen Film nochmal so eine eigene Dramaturgie, sozusagen eine visuelle Spannung, die dann erst aufgelöst wird durch dieses fallende Glas. Rein von der visuellen Logik her gesehen, hätte uns Kubrick, mit dem was ich hier vorgeführt habe, fast zwei Stunden des Films ersparen können. Was sich zwischen diesen beiden Einstellungen abspielt, ist eine visuelle Grundspannung, die die ganze Zeit hindurch unterschwellig präsent ist, aus meiner Sicht aber einen Grundkonflikt im Film widerspiegelt. Die Entdeckung des Knochens als Werkzeug und Waffe sichert das Überleben der Spezies, doch die Menschheit macht sich von ihren Werkzeugen so abhängig, auch im Denken, dass ihr eine Weiterentwicklung verwehrt bleibt, im Gegensatz zum Werkzeug, das eine rapide Evolution durchmacht bis hin zu Hell, der sich gegen seine Schöpfer wendet und im symbolischen Duell überwunden werden muss. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Hell mit seinen Linsen und die Discovery nicht voneinander zu trennen sind und einen künstlichen, käfigartigen Lebensraum für die Menschen bereitstellen, in denen diese eigentlich wie Fremdkörper wirken. Erst mit dem zerspringenden Kristallglas kommt das eigentlich schon seit vier Millionen überfällige Ende der Ära des Werkzeugs und der Waffe das hier zu Ende, das hier interessanterweise wie was Beiläufiges inszeniert wird. Also in dieser visuellen Spannung, die den Film trägt, wird eigentlich ein Zustand visualisiert oder vermittelt oder der Menschheit vermittelt, der längst überwunden hätte werden können oder müssen. Und wie gesagt, das läuft eben auf einer rein visuellen Ebene, das wird nicht wirklich als Handlung ausagiert. Fünftens. Zum Abschluss. Ausblickender Rückblick 2001 und Fear and Desire. Als mir angeboten wurde, einen kurzen Kubrick-Film zum Vortrag vorzuschlagen, fiel meine Wahl sofort auf seinen ersten Spielfilm Fear and Desire, der 1953, also 15 Jahre vor 2001, in die Kinos kam und danach fast vollständig in der Versenkung verschwand. Ich hatte vor allem zwei Gründe. Erstens, trotz meiner langen Beschäftigung mit Kubrick habe ich den Film noch nie im Kino gesehen. Also für meine Dista hatte ich so eine, nennen wir es mal, impressionistische Kopie des Films, die ich durch einen missglückten Ebay-Deal gekriegt habe mit irgendjemandem in Kanada. Zweitens lag es mir am Herzen eine Lücke, der großen Kubrick-Ausstellung zu schließen, die hier 2004 im Filmmuseum ihren Ausgang genommen hat. Es gab zwar Exponate zu Fear and Desire, aber im begleitenden Filmprogramm war eben Fear and Desire nicht zu sehen und das hat mich doch ein bisschen gefuchst. Gut, dass der nicht gezeigt wurde, der hat natürlich auch damit zu tun, Kubrick hat den Film rückwirkend so als früh pubertäres Jugendwerk dann auch aus dem Verkehr ziehen wollen und damit hat er natürlich die Neugier noch mehr geschürt und wie gesagt, also für mich gehört er dann einfach auch zum Werk von Kubrick. Man sollte nicht unbedingt versuchen, jetzt in so einem frühen Film schon in jedem kleinsten Detail irgendwelche Vorwegnahmen der späteren Kubrick-Filme dann herauszupopeln. Das ist auch so ein bisschen so eine Gefahr in der Kubrick-Forschung. Dennoch, ein bisschen popeln muss ich trotzdem, dennoch hat man den Eindruck, dass Kubrick in Fear and Desire im Gegensatz zu seinen späteren Filmen seinen Bildern noch nicht getraut hat und deshalb vieles verbal ausbuchstabiert hat, was in den späteren Filmen lediglich unterschwellig und auch nur visuell in Bildern oftmals dann auch vieldeutig aufscheint. Da Fear and Desire von einer Soldatengruppe handelt, die aus Feindesland entkommen will, würde sich Full Metal Jacket vermutlich besser als Vergleichsbeispiel anbieten, doch auch in 2001 oder zu 2001 lassen sich Bezüge herstellen und zwar obwohl Fear and Desire viel stärker handlungsorientiert ist und auch obwohl die Gestaltung des filmischen Raums sich auf die Figuren konzentriert, also insofern ganz anders aufgebaut ist, als es jetzt bei 2001 der Fall ist oder auch bei den späteren Kubrick-Filmen. Was Sie hier auch nicht finden werden, das ist das, was ich Ihnen hier in Länge vorgeführt habe, diese achsensymmetrischen Bildkomposition, diese strengen Blicke in Kastenräume, die tauchen wirklich erst konsequent ab 2001 in seinem Oeuvre auf. Im Frühwerk bis zu Dr. Strangelove können Sie so etwas vereinzelt finden, das haben Sie hier sicher nicht. Was man aber finden kann, ist, dass Kubrick hier durchaus versucht, mit Montagesequenzen dann auch eine eigene Note in den Schnitt des Films reinzubringen, also eine eigene Filmsprache, die irgendwie auffällt, unterzubringen. Was diesen Film auch auszeichnet und was auch typisch ist für das Frühwerk, er arbeitet mit alternierenden Montagen, also er springt immer zwischen verschiedenen Handlungen hin und her, das ist was, was eigentlich auch die Filme bis zu Dr. Strangelove, also vor 2001 auszeichnet, das was ich als Frühwerk bezeichne, danach kommt das in der Form nicht mehr vor, dass er so stark mit Gleichzeitigkeitsstrukturen arbeitet. Was beide Filme ein, 2001 und Fear and Desire, ist das Moment des Irrens durch unbekanntes Terrain, wobei das Ziel in 2001 bis zum Schluss unbekannt bleibt, während die Protagonisten von Fear and Desire aktiv in ihre Heimat zurück wollen. David Bowmans Begegnung mit seinen älteren Ichs kann man gegebenenfalls auch als Konfrontation mit dem Selbst oder im Hinblick auf Selbsterkenntnis deuten, das ist was, was in 2001 am Schluss kommt. In Fear and Desire spielen Doppelgänger in feindlichen Lagern eine vergleichbare Rolle, also Doppelgänger motivig ist was, was auch hier eine Rolle spielt, was Kubricks Werk immer wieder durchzieht. Zu den zentralen Szenen von Fear and Desire gehört, wie ich finde, die Zurückverweisung des Satzes No man is an island, also kein Mensch ist eine Insel, durch den Protagonisten, als er über die menschliche Befindlichkeit sinniert, also er zitiert da den englischen Dichter John Donnie, da in Kubricks Filmen gerade misslingende Kommunikation und Unverständnis zwischen Figuren, aber auch Unfähigkeit zur Erkenntnis häufig eine Rolle spielen, würde ich behaupten, dass Kubrick gerade mit dieser kurzen Auseinandersetzung oder Zurückweisung dieses Satzes No man is an island ein Grundthema seines gesamten Werkes ausbuchstabiert und das ist vielleicht auch ein Grund, warum er den Film zurückhalten wollte, er hat da einige Dinge wirklich ausgesprochen gesagt, die in seinen späteren Filmen dann eben immer nur so implizit aufgeschieden sind und er wollte halt nicht, dass das eben unbedingt wahrgenommen wird, also das ist eine Möglichkeit, wie man das interpretieren kann, aber das ist natürlich auch ein sehr weites Feld und ich will Ihnen auch den Spaß am Film jetzt nicht verderben, weil ich den gern auch noch mal endlich mal selber im Kino sehen will, vielen Dank. Herzlichen Dank, Ralf-Michael Fischer für diesen schönen Vortrag mit vielen Anregungen, wie wir jetzt 2001 auch noch mal lesen können im Hinblick auf die Raumkonstruktion. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um über das gerade Gesehene und Gehörte zu diskutieren. Gibt es schon Fragen von Ihrer Seite aus? Ich bitte um Anzeichen. Bitte warten Sie kurz, weil wir die Veranstaltung mitschneiden. Sie werden auch diese Veranstaltung demnächst auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Filmmuseums finden, bis ich mit dem Mikro zu Ihnen komme, damit wir Sie alle verstehen und auch für die Aufzeichnung. Ich komme sofort zu Ihnen. Ist es okay zu sprechen in English? Als ich war listening, und ich wirklich sehr sehr Sie gesagt, ich dachte, da ist etwas sehr wichtig missing in die space und Zeit und die film. Und das ist die erst, und ich nicht sehr wie lange es ist, 8 oder 10 minutes vor dem Film starten. Das ist die notion in der Theater und die Musik für lange lange Zeit. Und ich wonder ob das ist ein wirklich important catalyst für etwas ist dann in der Film. Und du nicht mention das, so ich dachte, ich würde gerne hören, was du sagen über die Musik das passiert, die darkness und die Musik die audience ist first confronted mit und zu deal mit bevor der Film starts. There ist eine simple reason warum ich nicht mention die ersten 10 Minuten mit Musik. Es ist eine practice von 17mm cinema zu präsent oder leader mit Musik bevor der Film actually beginnt. Ich also nicht mention die intermission der Film. Das ist ein similar Phänomenon. Du hast Black Film und Musik. Es ist für eine break. Es ist mehr cinema practice. Es nicht belong to the story of the Film or the real Film. This beginning and the intermission were used for video copies of the film or for DVD copies of the film from the 1990s on. In video copies of the film before you didn't have these scenes and if you watch the film as 35mm copy maybe there is also no beginning and intermission because at the end of the film there is also an exit music that lasts several minutes with the Blue Danube also with black film. So it's a certain practice of cinema. Okay, are there further questions, comments, Fragen, Anmerkungen? Ich komme zu Ihnen. Dankeschön. Sie haben sich sehr analytisch verhalten, haben Sie auch angekündigt und trotzdem klang an einigen Stellen so ein bisschen so ein Ansatz von einer Filmkritik heraus oder es schien mir zumindest so, weil Sie ein bisschen provokativ vielleicht auch davon sprachen, ja, das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, dann gibt es noch zwei Stunden, die dazwischen ablaufen und dann könnte man natürlich sagen, okay, das ist ein langweiliger Film, langwierig oder langatmig oder sowas, aber der Gedanke, meine ich, der sich hier auch aufdrängt, ist, diesen Punkt muss man nicht unbedingt verlieren, wenn man es vielleicht auch mit anderen Filmen wie Solaris oder sowas vergleichen will, der ja auch zeitnah, glaube ich, entstanden ist, aber gleichzeitig geht es ja hier auch um eine Verschränkung der Begriffe Raum und Zeit, das heißt also Raum in dem Space, sag ich mal, im Weltraum oder so, ist ja eigentlich gar nicht erfahrbar, ist nur erfahrbar über die Komponente Zeit, weil eben die Reise sehr lange dauert und Reise ist eben auch in unserem Sprachgebrauch Zeitreise, das heißt also, die Entwicklung, die in der Zeitebene passiert, projizieren wir rein sprachlich wieder oder beschreiben wir sie rein sprachlich durch ein räumliches Ereignis. und jetzt wäre also für mich die Frage, was ist mit Ihrer Filmkritik? Also, das war natürlich bewusst provokativ, einfach mal, um nochmal darauf hinzuweisen, was der Unterschied ist zu dem, was man eben als Mainstream-Kino bezeichnet. Es gibt so einen Spruch, ich glaube, Walter Lasalli, der Kameramann, der jetzt kürzlich verstorben ist, hat den eingebracht. Film ist wie das reale Leben, wie with the boring bits cut out und dieser Film dreht das gerade um und das, also, das finde ich, ist gerade die Qualität des Ganzen. Wenn ich dann sage, das hätte man so abkürzen können, da geht es mir einfach nur um zu zeigen, Strukturen herauszuarbeiten, die man wirklich erst erkennt, wenn man diesen Film genauer analysiert, die aber, glaube ich, ganz wichtig sind, auch für die Wirkung des Films. Also da kann ich dann plötzlich dieses Glas erklären und ich kann auch erklären, was dazwischen abgeht, aber dass dieser Film zeitregelrecht zerdehnt, das finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das ist auch für mich was, was ich bei Tarkowski ganz wichtig finde, dass er dann eben sehr langsam seine Filme entwickelt. Also eher Provokation, aber nicht unbedingt eigene Meinung. Ich wollte noch ganz kurz was zu dieser Musik sagen am Anfang. Das ist einfach schlicht und einfach eine Overtüre. Ben Hur hatte das, viele große Filme hatten das und interessant ist noch in dem Zusammenhang anzumerken, dass ja nicht der MGM-Löwe da brüllt am Anfang. Das geht über und dann sieht man nur auf blau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, blau, weiß, gezeichnet, das MGM, den MGM-Löwen, also sehr abstrakt und dann geht gleich der Film los. ich würde fast sagen, es ist der einzige Film bis dahin, der ohne MGM-Löwen und das Gebrüll dazu ist. Und es gibt nur ganz wenige Filme, wo dieses Signet verändert wurde, zum Beispiel bei Polanski Tanz der Vampire, wo dann das Blut, der Löwe wandelt sich in den Vampire um, das Bluttropft so runter, den Vorspann über oder bei Hitchcock Nost, bei Nostwest ist das dann grün, alles und es geht in die UNO-Fassade über. Das nochmal ganz kurz zu diesem Gut. Mir ist einfach der Begriff Overtüre nicht mehr eingefallen. Darum habe ich irgendwie da so drum herum geeiert. Ich wusste nur noch die Intermission. Ja gut, vielen Dank. Es zeigt sich wie immer ein Königsweg zur Filmanalyse ist die Kunstgeschichte und die Literaturwissenschaft. Ich habe trotzdem eine Frage und da haben Sie, das sollte man vielleicht noch ein bisschen nachbohren, also mit den geschlossenen Räumen. In diesem Film wie in vielen anderen Filmen kommen solche Dinge vor wie Spiegel, wie Brücken, wie Türen und vor allen Dingen halt auch Fenster. Ja, also Fenster finden Sie ständig im Science-Fiction-Film. Es ist sehr wichtig, das ist die Differenz innen, außen, Weite, Tiefe und so weiter und so fort. Sie haben versucht anzudeuten, dass das Bildformat 70 Millimeter sozusagen intensiviert, enge und weite. Dann haben Sie von offenen und geschlossenen Räumen geredet. Wollen Sie das alles nochmal verbinden mit der Thematik Fenster oder fällt Ihnen dazu nichts ein? Da muss ich Ihr Buch lesen. Das muss ich gerade mal also ich habe das Buch ich habe schon lange nicht mehr in mein eigenes Buch reingeschaut, also ich kenne es auch nicht mehr auswendig, aber die Fenster spielen natürlich schon eine große Rolle. Also die Fenster, das was ja das Interessante ist, da können wir dann zum nächsten Motiv kommen, in dem Film Schlafen oder die Menschen, der Blick von Menschen, das Schlafen von Menschen spielt eine wichtige Rolle. Heywood Floyd fliegt zum Mond und pennt. Wir würden da natürlich immer rausschauen und da ist dann immer interessant dieser Kontrast. Man sieht durch ein Fenster so als Bild im Bild, was sich draußen abspielt, sozusagen wirklich so eine Ästhetisierung des Weltraums und die Menschen nehmen das nicht wahr. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Da wird natürlich der Blick nach außen geöffnet, aber der wird nicht angenommen, weil das als Alltag empfunden wird. Also gut, da könnte man noch an einigen Stellen dann natürlich weitermachen. Ich habe das jetzt nur verdichtet auf diesen Kontrast, aber ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, vielen Dank. Wenn jetzt noch Fragen bestehen, noch offen geblieben sind oder vielleicht auch während des Films noch auftauchen. Ralf-Michael Fischer hat sich ja breit erklärt, auch im Anschluss noch sein Buch zu signieren. Also ich weise nochmal drauf hin, dann nach Vierndesal gibt es oben an der Kinokasse dieses Standardwerk. Vielleicht kurz zur Auffrischung, weil Sie selber auch lange nicht mehr drin gelesen haben, habe ich noch ein Zitat mitgebracht. So zur Überleitung, Sie haben ja schon die Verbindung hergestellt und uns dankenswerterweise auch schon was an die Hand gegeben für dieses ganz besondere Screening, was wir heute Abend haben. Ich danke auch nochmal, dass Sie sich hier mit einem Wunsch gemeldet haben, nämlich Kubricks Erstlingswerk zu zeigen, dem wir jetzt nachgehen möchten. Also Sie schreiben ja da auf der Seite 91, wenn Sie das auch nachlesen möchten, zu der Sonderstellung von Vierndesal. Diese rühre daher, dass Kubrick sein Spielfilmdebüt als angeblich unreifes und prätentiöses Frühwerk auf Filmstudentenniveau aus seinem offiziellen Oeuvrekatalog verbannt habe und Neuaufführungen mit wenigen Ausnahmen rigoros zu verhindern wusste. Wenn Sie das näher interessiert, schlagen Sie das bei Ralf Michael Fischer nach. Was ich schön finde, ist, dass Sie da auch ein Desiderat noch formuliert haben. Ich springe jetzt kurz auf derselben Seite und zitiere. Um übertriebene Mystifikation oder Enttäuschung zu vermeiden, sollten die Nachlassverwalter diese Blockade endgültig aufheben, selbst wenn sie damit gegen Kubricks Willen agieren. Dem kommen wir jetzt heute nach und zeigen Ihnen diese ganz rare Kopie aus der Library of Congress auf 35 mm. Die Projektion des heutigen Abends übernimmt Günter Volkmann. Ich wünsche Ihnen wie immer eine anregende Vorstellung. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Ralf Michael Fischer. Danke. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.